...mal zwölf Minuten, bevor die Funktürme wieder online sind. Wir müssen die Luftabwehr ausschalten, damit unsere Vögel freie Bahn haben. Nehmen wir Karsäus aus dem Funkverkehr. Schreckt für meine Füllung, Feindlein. Feuer! Feinde! Jede Menge Feinde! Torhüten! Torhüten! Los, los, los! Luftabwehr geschützt voraus. Vorsicht, Raketenwerfer! Schreckt für die Luftabwehr! Schreckt für die Luftabwehr! Schreckt für die Luftabwehr! Notbug telef, Läsch, Läsch! Der Mann! und. Kommt auf er chịten! Der ist hier nieder! Schaltet alle Luftabwehrgeschütze im besten aus! Verstanden, Ritter! Ritter, hier ist Hudson! Sind die Luftabwehrgeschütze ausgeschaltet? Wir müssen die Bomber starten! Ein Luftabwehrgeschütz ist erledigt! Das reicht nicht! Ich kann nicht riskieren, zu früh anzugreifen! Wir kriegen nur eine Chance! Glaubst du etwa, ich wüsste das nicht? Sei bereit zu starten, sobald ich es dir sage, hast du! Kontakt! Wir haben nur noch fünf Minuten bevor das Ölschfahrt mit ihr schafft! Beeilung! Sie haben wieder Strom! Ädler, siehst du das! Das ist ein großes Risiko, wenn das Geschütz nicht erledigt ist! Vorsicht! Schweres MG auf den Kampf! Hudson, starte den Bombenangriff! Bestätigt! Hol dein Team da raus, Adler! Wenn wir das Luftabwehrgeschütze nicht ausschalten, haben die Bomber keine Chance! Alter Schwester, Mann, Hans! Bernd, die Bomber werden jeden Moment vier Seiten! Die Bomber werden jeden Moment vier Seiten! Die Bomber werden jeden Moment vier Seiten! Eine Minute bis zum Bombenangriff! Die Funktürme fahren immer noch hoch! Das ist unsere Chance! Gut, das Gebiet ist heiß! Ihr seid zu nah dran! Wiederhole, ihr seid zu nah dran! Wir müssen weg! Sofort! Geschafft, Mr. President! Sie haben die Atombomben aufgehalten! Gott sei Dank! Und der CIA? Haben Sie Perseus? Nein, Sir! Sein Augenthaltsort ist unbekannt! Und die russische Reaktion? Noch nichts! Wir sehen Anzeichen von Verwirrung! Möglicherweise war es keine offizielle Operation! Perseus hat vielleicht nicht auf Befehl von Moskau gehandelt! Ich werde verrückt! Vielleicht haben wir ja doch etwas gemeinsam! Wir haben ihn gestoppt! Die Türme sind Geschichte! Wie sieht es bei euch aus? Komm! Wurz! Habt ihr sie gefunden? Hier drüben!